was ist das ist eine scheiß werbung jedes mal wenn er das sagt kriegt er ein euro von saturn und aufnahme läuft für unseren kanal hallo youtube ja nein jetzt erst die warme wertrunde ist ja nur für uns besiegt das spiel falsch also alles was jetzt sagen kommt auf youtube genau jetzt kurz jeder was ist irgendwas sagen dass du auf youtube dann mal die klappe ich bin okay umstelle progetto progetto t44 ich mache die mitte ich kann ja einfach dass sie hier die gasse wir müssen nicht unbedingt runter gucken können wo es wenn da irgendwas kommt dass sie die abtom was hast du vor willst du rüberfahren nein vorsichtig schön frei zu sein kannst du dich endlich ja ich bin häufig irgendwie die panzer runter oder sonst irgendwas kein jagdpanzer dann könnt ihr eine is 3a hinstellen das ist richtig das wäre noch unangenehmer ich hab was gefunden dann alles klar danke dafür ich bin auch auf ihn ja dann unser scout einmal hier drüben gucken fahren was steht denn der elc ist das safe oder was was steht denn überhaupt hä steht da ein weg drin warte ich versuche ihn rauszunehmen ok warte ich fahre durchs durch die toreinfahrt dieser habe ich versucht die zu bearbeiten Roketto steht da, IS-3 steht da. Alles klar, ihr habt gesehen wo sie sind. Wollen wir zurückfahren? Dieser Light kann sich hier irgendwo in der Basis nennen. Wo er halbwegs über den Bus spielen kann. Kriegt ihr die da oben nochmal auf? Ah, da ist was. Wo? Wo? Neben der IS-3 steht in Defender. Ich glaub ich krieg die rein. Die hier können sich verlegen, ihr müsst jetzt hier unten ran. Hi. Ach, Mann, oh. Ah, dafür liebe ich den. Ich liebe dich auch. Noris. Ach ne, das mein ich nicht. Ist der Projekte gewesen. Pass auf, der steht hier noch. Okay, Doki. Na. Okay. Also, drüber fahren ist aber nicht. In der Mitte. Okay. Ähm. Roger. Rieke von Roketto. Pass los dich rüber, Hendrik. Irgendwo ist der STA-2. Ich seh ihn nicht, aber er verschiebt mich massiv. So, klar. Ja. Einfach bloß, dass ihr die da aufmacht, wenn sie kommt. Okay. Wir haben noch Fragen. Tobi. Haben wir nicht. Hinten an den Projekten. Oh, Ghetto unten am Mügel. Lasst euch von dem nicht riehen. Der will dich nur locken. Nein, ich hab nur geguckt, ob einer guckt. Nicht, nicht da hoch, nicht da hoch, lass dich kommen. So mach ich hier auf. Die ganze Hotrecke. Irgendwann hat sich das Gefühl, dass irgendein Projetter doch hier von hinten kommt. Ja, kommt der Artillerieschlag. Artillerieschlag ist raus bei denen. Das Gefühl kann ich... Ja. Okay, kannst du schießen? Ja, ich hab Schussfeld. Was tust du denn? Lass dich von dem nicht ziehen. Bleib, lass sie rumkommen, dann kann ich euch helfen. So sieht's aus. Ihr müsst sie rumkommen lassen, dass wir anderen auch mit arbeiten können. Ja, ja. Der 50 tp. Der 50 tp. Der 50 tp ist getrackt. Ja, 50 tp ist Dauertrack. Äh, hier die Mitte. Die Mitte ist hier unbedingt fern. Runter, Henrik, runter. Oh mei... Fuck, Internetverbindung, ey. Ich komme. Fokus hier, die VS3. Ah, ne. Da kommt der SCA2, der kommt hinten rum. Ja. Die haben mir mein Muni-Lager gezogen. Oder so. Ach, stimmt. An allen Seiten nehmen die. Ja, ja. Ja, okay, ja. Sind wir ein Prochetto rein da? Kriegst du da was rein? Nein, cool. Was ist denn? Ah, irgendwie hat er gerade daneben geschossen. Aber jetzt nicht mehr. Nein! Was ist denn da? Was ist denn da? Naja! Wartet da in der Mitte nicht mit zwei Mädchen von einem Heli gegen einen Mädchen gleich? Oh ja. Kjell stand woanders. Ich bin ein Tick zu spät gekommen, ja. Ich musste erst mal hinfahren. Von vorne, nicht oben, bei uns in der Mitte. Ich stand hier und hab... Zwei Autoloader. Ja. Und, äh, ich glaub der Light auch noch. Die kam da zu dritt von hinten. Und Autoloader. Und wir mussten uns erst einerseits drehen, andererseits haben wir bei euch auf die Heavys geschossen. Na gut, auf jeden Fall war das jetzt so ein Fall von... Alle waren beschossen. Da war das dann ein Mangel des Fokusfeuers, denk ich mal. Ich hab ne schlechte Internetverbindung gehabt. Ja, wird passiert. Da kannst du doch nichts machen. Kann ich mal ein Heavy nehmen? A-Aaron? A-Aaron? Ja? Ich bin enttäuscht von dir, ne? Was? Vor drei Wochen hat der Postillon den Lifehack gepostet. Klauen ist günstiger als kaufen. Und du gibst das einfach nicht weiter. Ich dachte, das wüsste dir. Ja, mein Brücketto. Bei dir war ich mir sogar ganz sicher, dass du das wüsstest. Gibt's YouTube-Brief? Anzeige, ein Mausakrobat. Ich glaub, was er jetzt falsch gemacht. Was haben wir jetzt falsch gemacht? Äh, die haben uns einfach overmatched. Die noch weiter voll fahren sollen? Ne, ähm... Vielleicht ein bisschen, ja. Aber ansonsten... Ganz verkehrt war es nicht. Ich hab mal ein Brücketto genommen. Ja, du hast ja gesehen, die Heavys da habe ich ziemlich gut geschießen können, ich zumindest. Weil die durchgekommen sind. Achso, weil die durchgekommen sind, dann haben die wahrscheinlich entweder Gold geschossen oder du warst... Komplett Gold geschossen. Du tanzt ja so ein bisschen bergauf, dadurch zeigst du natürlich deine Unterwanne in einem anderen Winkel. Aber die haben auch alle Gold geschossen. Ich habe zwar einiges gebounced, aber es war alles Gold. Und wenn der Gegner Gold schießt, ist die Unterwanne vom Defender eigentlich nichts mehr wert. Ja, ich komme mit dem EBR aber mit Gold nicht durch, aber naja. Ist ja auch ein leichter Panzer. Das liegt aber trotzdem. Das liegt daran, dass du so ein komisches Radgeschwär bist. Äh... Was hast du gesagt? Radgeschwür? Radgeschwär hat sie gesagt, ich bin schwer. Ja, Geschwür passt aber auch. Oh, ich habe die Schöpfung besorfen und bin sofort zurückgefahren und trotzdem meine ich reich war. Trinkert mir aber nicht mal lieb. Ich habe nicht ganz ruhig geholfen, aber ich hatte Radkanzer, so. Ja, ich auch. Weil ich... Ja, warum wärst du nicht hier? Um das Gleiche ist mit Gleichem vergelten, Rieke. Ja, aber ich... Ein bisschen Masochismus steckt dahinter, glaube ich. Ja, das kann natürlich sein. Äh... Boost ist ja nicht Funktional. Ob das jetzt schon FSK 8 denn wird, auf YouTube? Ja, das steckt ja bei jedem Bild drin, aber. Masochisten. Ja, das stimmt. Irgendwo sitzt du an einem gewissen Grad wahrscheinlich schon. Äh... Wir können es noch mal provizieren, Aaron. Nein, ruhig aus, ruhig weh! Aaron! Aaron! Aus! Irgendwann einer ein schlimmes Wort sagen würde, dann wär's doch bestimmt mindestens am 8. Ja, bitte. Kjell hat vorher Neger gesagt, also... Er hat Neger gesagt, das ist aber... Ja, gut, er hat Negativ gesagt, aber... Er hat das Negativ gesagt, aber... Ach nein, das ist ja ein schlechtes... Servus, Teuer, Ramsan, on. So. Konzentration. Urowanka. Ja. Jetzt bin ich der einzige Progetto, dann Dankeschön. Wer sagt dann, Tim, ob der Kjellefant ist? Willst du dich noch mal versuchen, Kjell, oder was? Kjell, oder was? Ja, okay, wir hatten vielleicht vier davon. Punktsteller. Willst du, soll ich. Sag du, kein Bock mehr. Unser Scout guckt einmal hier in diese Seite. Den... Ach, fernsinn, der Rest fällt hier lang. Das hätt ich jetzt komischerweise auch gesagt. Ach. Ich sag's heute, ja. Ich hätte jetzt noch kurz überlegt, ob wir den VK irgendwo nach Basis parken, aber das grundsicht nicht. Hm. Das grundsicht nicht. Das grundsicht nicht. Ja. Ich muss gar nichts drücken, wenn man komischer aufsteht. Gib zu, du wolltest mich nur wieder abfahren. Ich kann dich auch gerne alleine durch die Mitte schicken, aber... Ja, gerne. Nee. Wie groß muss der Bogen sein? So, da hast du dein Sichtradius, alles abdeckt. Sollen wir erstmal hier abchillen? Bitte was, Herr Mo. Ja, aber die Turmstarken vor, bitte. Äh, da ist gar nichts, gell? Die sind alle im Wald. Komm, Defender, auf geht's! Das ist absolut gar nichts. Okay. Wir sind nur Supporter. Äh... Bei den besseren Türmen, ne? Das wisst ihr. Also bei den Panthans. Also nicht ich. So, ne. Versucht mal, wenn ihr könnt, den Pantera rauszunehmen. Der ist One-Shot. Ja, T-44 mitten aus dem Wald. Ah, die Schlag ist draußen von denen. Haben wir unseren auch? Wir haben unseren auch da. Ja. Ah, da sind sie ziemlich versammelt, glaube ich. Boah, ne. Na. Kacke Idee. Kannst du von hinten ein bisschen besprechen. Ja, mach doch. Klingt da ein bisschen schwul. Ja, ja. Egal. Immer nur ein bisschen. So lange es funktioniert, ist es ja. Komm, Leute, schau. Teil überhaupt. Rückkehrter und T-44. EBR hinter uns. Äh, ja. Ja, ähm. Fick den ich nicht. Kjell, guck du bitte mal nach dem EBR. Oh, shit. Kann man auch nicht. Gibt's hier auch nicht. Hier, hier, hier. Die Mediums. Die Mediums. Alle geschlossen auf die Mediums drauf. Ja. Fokus auf den hier. So, jetzt als nächstes den nächsten hier. Den da. Ja, dann dürfen wir euch lang fährt. Ja. Moin, Hunderter. 370. Was ist mit dir, Pascal? Ich weiß nicht, ich bin ganz witzig unterwegs. Ja, ich seh's. Spiel doch mit. Hilf doch mal mit. Nein. Was steht da hinten rum? Guck zu, wie sie abgeschlaffelt werden. Ja, es war aber ein schöner Anblick. Muss man. Muss man sagen. Also weißt du, Pascal, darüber reden wir aber doch mal. Oh. Himmel, hilf. Ich jetzt cap. Ich geh cappen, oder? Oh man, ey. Oh man, ey. Entschuldigung, ich carry das jetzt noch, ne? Ja. Ja, sind die so... Genau, ich stell dich da ins Gebüsch. Ja, ja. Die seh mich niemals. Weil wir einfach schlecht sind. Klar. Genau. Ja, das ist eineinhalb Minuten. Eineinhalb Minuten, dann haben wir's. Hier waren zwei Gems. Das ist das HP-Management war das Problem in diesem Fall. Weil wir haben schon viel HP verloren in der Anfahrt. Das war aber knapp. Den, den, den EBR hast du doch von Ebay, ne? Sehr sicher. Haben wir zum Prime. Für den Leuten, ne? Mit Ebay. Oh man. Ist wohl nicht, ich hab auch andere Panzer oder so. Jeder hat gesagt, ich muss den lassen. Ja. So, was machen wir jetzt? Es lassen? Nein, um. Machen wir noch eins. Ein drittes. Ein viertes. Ein viertes. Das war noch nicht genug Demütigung. Nee, wir haben ja echt komische Aufstellung, muss ich sagen. Wir haben halb Heavy, halb Medium, an Light, an TD. Ich glaube, es hat einen anderen Grund. Ja, aber geht. Das ist die Aufstellung. Wer sagt den Grund? Ja, wir sind einfach schlecht. Nein, 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 das ist nicht. Ja, es ist aber so. Bei den CDC-Daten hätte ich draußen. Keine Ahnung. Jetzt ist ja auch kein Vorschlag, keine Ahnung. Jetzt will ich auch keine Ahnung. Jetzt haben wir doch selber keine Ahnung. Ich nehm jetzt mal was anderes. Ja, nehm doch irgendwas. Ach so, solche. Das war die falsche Taste zum was anderes nehmen, Roger. Ja, ich hab grad gemerkt. So, schauen wir mal. Ist das hier okay? Aber das können wir richtig gut. Ah ne, falscher Panzer. Da muss ich dann noch so ein Direktiv... Ach ne, komm. Ich bleib beim STA. Gib mir mal den AT-Schlag. Bitte. Was meinst du? Kann ich den AT-Schlag mal haben? Du willst den AT-Schlag haben? Ich will auch mal machen, ja. Lass ihn. Damit gibt die Ansage an dich. Ich bin damit neben Katz. Ja. Ich bin jetzt kein EBR, merke? Ja. Jetzt eins. Tim, Wargaming ist scheiße. Wie soll das jetzt? Wollen wir niemanden auf den Medium mit reinnehmen? Was? Martin, was ist los? Wollen wir noch zwei Medium mit reinnehmen? VK 75 01 mit Panzer II, Ausführung J, zusammen. Panzer was? Zwei J und welcher? Und VK 75 als Sonderausgabe im Superpaket mit Gold und allalai Kram. Ja, was kostet das? 200 Euro? VK 75 010 K Superlativ oder was? Sonderausgabe. Nicht Superlativ, Sonderausgabe. So. Für wie? 200? Ne, für 99,99. Aber da ist jetzt 2J dabei. Ja. Den 2J kriegst du nicht unter 100 Euro. Doch, für 99,99. Ach, äh. So hat Gobi nicht. Du kriegst gleich den ersten Schuss, Tim. So. Schau mal jetzt. Boah, Rad. Okay. Wenn du damit leben kannst, dass ich zurückschieße. Wie bitte? Wenn du damit leben kannst, dass ich zurückschieße. So cool. Boah, dann machen wir das so wie eben. Hier, du hast die Ehre. Ja. Ich hab grad keine Ahnung. Boogie, mach ein bisschen hier Licht in der Hose. Okay. Schaffst du das? Ja. Okay, die Heavys fahren klassisch hier ran. Hier fahren auch 3 Heavys hin. Keine Ahnung wer. Also gar nicht in die Stadt rein? Ne, wir fahren an die Stadt ran. Medium? Die Mates. Die Mates fahren mal hier hin. Und gehen mal safe und schauen ob sie irgendwie unterstützen können. Äh, hier war Friendly Fire noch an, oder? Ja. Ich kann es dir auch nochmal beweisen, wenn du unbedingt willst. So, Tim nimmt mal Position an, dann fahr ich grad weiter. Ja, das ist halt so ne Sache. Wenn du sagst, die Heavys sollen alle da hin, dann... Alpentiger, komm mit mir mit. Hi. Roger hat schon wieder gepennt, wo die Medium ziehen soll. Da ist Zeit. So, okay. Ne, du gehst keine Trades ein, du hältst sie nur offen. Und spotest das Feld. Ui. Verbrauchung im Kreis. So, wir warten ab. Ich werd schon grad nicht getroffen. Worte. Kriegst nochmal auf. Kann ich mal. Hallo? Ich glaub, der ist weg. Ich glaub, der ist weg. Da geht's jetzt. Ne, der Schuss ist gerade ohne irgendwas verschwunden. Ihr habt jetzt, äh... Verschwunden. Okay. Oh, da geht's mal heute draußen. Aaron, der arme Aaron. Nicht schlecht, Aaron. Nicht schlecht. So schlecht ist doch kein VK. Hier ist drei, kriegt meine Arti. Das war der Arti-Schlag. Wollt ihr den Light jetzt rausholen? Kann sie machen, denk ich, ja. Ich bin nochmal weg. Okay, die anderen Heavis positionieren sich zu uns. Was? Die D-Mates, die holen den raus hier. Wir sind dabei. Pantera kommt, Rieke. Gib ihm ein. Oh, das heißt, du hast nur hier's drei. Und noch ohne. Geh safe, komm zurück. Ich bin nicht offen. Nein, klar. Fogetto, Rieke. Nehm zuerst den Pantera raus, die Mütze. User disconnected from your channel. Pantera nehme ich. Fogetto. Oh, kacke. Rieke, wir aimen da rüber, ne? Die S3 kommt. Jetzt, Rieke. Warte, ich versuche ihn nochmal. Noch einen, komm, komm. Ihr Heavis. Kann ich. Du schaust dich ein aus. Drück da drauf. Hier, mach die zwei hier weg. Ihr Heavis. Alles ab. Ja. Drum pushen. Auf. Rieke, Rieke, wir müssen da helfen. Die Form, komm über die Flanke, Rieke. Siehst du's? Hm. Okay. Ihr pusht die. Zack. 740 irgendwas. Keine Ahnung. Wie zuerst raus. Guck mal, links kommt gleich die IS-3. Jetzt pick die IS-3. Jetzt pickt alles. Wart doch einfach rum. Mach die weg. Fuck. Warum bleibt ihr da immer noch stehen? Boah. Sie mit 175 HP nicht gemacht. Oh, scheiß Vincent hier, Alter. Warte, ich kann nur einem Progetto helfen. Hallo? Besser schnell. Besser schnell. Besser schnell. Es war viel zu zögerlich hier. Ihr hättet rumdrücken müssen und die rausnehmen müssen. Ist das nicht sowieso schon so, dass ich das vor zweieinhalb Minuten habe? Ja, ich hab's auch gesehen. Es war viel zu zögerlich. Die standen an der Ecke rum und... Das ging gar nicht. Nee. Ich muss jetzt mal gucken, wo die Wracks stehen. Die stehen genau da, wo sie... Ja, ich weiß, es ist egal. Darum üben wir's ja. Ausdrücken klingt jetzt auch nichts drin. Darum üben wir's ja. Als nächstes mal rumdrücken, ja? Nein. Äh, mein Nachhinein. Und ihr beiden süßen Schneck, ich müsst euch mal einigen, äh, wer von euch die Ansagen macht. Bin auch schon ein wenig verwiegend. Oh, mon dieu. Ja. Ja, mein Gott. Das ist halt das, Überzahl erkennen und dann rüben drücken, das ist schwierig. Und was war bei den Mediums da los? Es standet da mit zwei Mediums, ne 1.000 Struktur, also nicht mal 1.000 Struktur, ähm, Pantera gegenüber, der ist nicht geplatzt, dann Progetto, der auch angeschossen war. Ja. Und dann auch ne IS-3 und ne Defender, so weil ich das nicht sehe. Ja, aber in der Zeit, wo die angekommen sind, und ne Defender war gar nicht bei euch bei euch. Da war irgendwas heavy an.